Ein wunderschönen guten Tag zu den Sendix Einblicken, unserem wöchentlichen Format, mit dem wir Sie über neueste Erkenntnisse aus dem Sendix Research und wie wir dies in unseren Investmentfonds umsetzen, informieren. Ja, die letzte Woche war eine sehr erfreuliche Woche für die Anleger am Aktienmarkt. Überhaupt Risikoanlagen, Aktien, aber zum Beispiel auch so Dinge wie Bitcoins sind kräftig im Wert gestiegen und das hat die Stimmung am Aktienmarkt deutlich verändert. Wenn wir gerade einen Blick auf das Sendiment für die Aktien in Euroland werfen, dann sehen wir, dass sich die Stimmung eben deutlich verbessert hat und wir den höchsten Wert seit Ende 2019, Anfang 2020 im Sendiment erreicht haben. Und eine so bullige Stimmung macht natürlich dann immer ein bisschen stutzig und stellt die Frage oder wirft die Frage auf, inwieweit wir eine Überreizung haben. Wir haben diese Sendimentlage mal statistisch untersucht und auch da habe ich Ihnen einen Chart mitgebracht. Dieses Chart zeigt in der orangefarbenen Linie das Durchschnittsprofil oder den Durchschnittsverlauf des europäischen Aktienmarktes vor und nach, dem wir ein Sendiment wie aktuell haben. Der rote Balken sozusagen, der markiert den Tag, wo immer das Sendiment gemessen wurde. Und wir haben nur die Sendimentwerte genommen aus der rund 20-jährigen Sendix-Historie, die dem aktuellen Wert in etwa entsprechen. Und das Spannende ist, Sie sehen erstmal in der orangefarbenen Linie nach dem roten Balken, dass das doch eine ganz ordentliche Bremse ist für den Markt. Im Grunde genommen brauchen wir die nächsten Wochen eigentlich nicht allzu viel an der Ertrag von den Aktien zu erwarten. Und was bei uns in der Analyse immer sehr wichtig ist, wir schauen uns eben auch an, ob das Sendiment quasi typisch entstanden ist. Also ob das, was wir an Sendimentwert messen, auch ungefähr das ist, was typischerweise dem vorweg geht. Das sehen Sie an der blauen Linie. Die blauen Linie zeigt die Kursentwicklung, die zur Entstehung des aktuellen bullischen Sendiments geführt haben. Und auch da sieht man, dass das Sendiment sozusagen auf ganz plausible Art entstanden ist. Und das ist natürlich dann nochmal ein Hinweis darauf, dass wir die Botschaft, die uns das Sendiment trägt, nämlich dass wir ja möglicherweise jetzt gerade eher eine Top-Phase haben, dass wir die sehr ernst nehmen sollten. Wenn Sie die letzten Sendix-Anblicke sich angeschaut haben, dann wissen Sie, dass wir uns ja sehr stark mit den Eden des März beschäftigt haben. Der 15. März eines Jahres wird ja als die Eden des März bezeichnet. Es geht darauf zurück, dass Julius Cäsar am 15. März getötet wurde. Und seitdem sind das sozusagen die Eden des März, also die Monatsmitte im März. Und die haben eine sehr hohe Bedeutung an Finanzmärkten. Und üblicherweise stellen Sie den Auftakt einer positiven Marktphase dar, denn der April ist eigentlich einer der besten Aktienmonate. Und das steht natürlich jetzt im Widerspruch. Die saisonalen Faktoren lassen erwarten, dass die Aktien eigentlich jetzt durchstarten sollten. Und die Sendiment-Daten, wie auch das Positionierungsverhalten der Anleger, lässt erwarten, dass wir Aktienmärkte eigentlich jetzt korrigieren müssen. Wie passt das zusammen? Nun, wenn man sich mit den Eden des März genauer beschäftigt, dann fällt erstmal auf, dass wir, und da spielt der Future-Verfall, den wir ja diese Woche auch noch haben, also der sogenannte dreifache Hexensabbat. Wir haben ja den Verfall von Futures und Auktionen bei DAX und beim Eurostox, dass wir danach, nach diesem Future-Verfall, oft eine Gegenbewegung bekommen zu dem, was vorher war. Wenn wir also vorher einen sehr starken Anstieg haben, dann bekommen wir in der Nachverfallswoche oder in den zwei Wochen nach dem Verfall oft eine Korrektur. Und so wird das Ganze möglicherweise rund. Nämlich, dass wir jetzt auf den Future-Verfall zulaufen. Wir waren sehr freundlich in den letzten Wochen. Wir dann dem bullischen Sentiment und auch der zu positiven Positionierung Tribut zollen müssen. Diese Korrektur dann aber eher mild ausläuft, nur ein bis zwei Wochen andauert. Und wir dann nochmal versuchen, im April nochmal einen Anlauf nach oben zu unternehmen. Das wäre momentan unser Fahrplan für den Aktienmarkt. Wie setzen wir das bei uns im Portfolio um? Nun, unsere Modelle reagieren natürlich auf das Sentiment und auf die Datenlage. Und wir haben unsere Aktienquote wieder deutlich zurückgefahren. In unserem Mischfort, dem Sandix-Risk-Return M, sind wir von über 60 Prozent auf Mitte 30 Prozent im Investitionsgrad zurückgegangen. In unserem globalen Aktienmandat im Sandix-Risk-Return A von nahezu Vollinvestierung auf einen Investitionsgrad von rund 60, 65 Prozent. Also schon eine spürbare Risikoreduktion, aber das müssen wir tun, weil wir natürlich über das Sentiment und wenn Sie die Statistik eben von eben noch im Hinterkopf haben, wir einfach dieses Korrekturfenster oder diese Chance, Möglichkeit einer Gegenbewegung einfach ins Kalkül einbeziehen müssen. Und das setzen wir eben konträr, aber konsequent auch um. Ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer für Ihr Interesse, wünsche Ihnen eine gute Restwoche und wir sehen uns hoffentlich wieder nächste Woche zu den neuen Sendix-Einblicken. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.